Ey Leute, was geht? Herzlich an wie Elotex seine Begrüßung, aber egal. Denn, hier bei der Stanplay Parabel Zeugs, mit dem Stormplayer, schon lange nichts mehr gehört von mir. Aber, wir fangen mal an mit der Demo, denn ich hab mir vorhin ein paar Trailer reingezogen und es ist grad ein bisschen so... Es ist eigentlich ganz geil, aber ich versteh es nicht so wirklich und, ja, wir schauen uns einfach mal an. Beginn Demo. Loading. Hm, ich hätte vielleicht die Fenster im Hintergrund schließen sollen. Ach, wäre klug gewesen. Ach, wie geil. Läuft. Läuft. Na. So. Das Stanley Parabel Demonstration. Schick. Ah. Ach, ich kann mich bewegen. Boah. Tja. Cool. Aha. Cool Musik. Wir können uns hinknien. Oh, guck mal. Hier ist es eine Pylone. Oder? Hier ist es noch Pylone oder so. Oh, Pylone. Ja, 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 ja. In das Loch rein da oben. Ja, ja. Springen können wir nicht. Wir können nur... Können wir noch rennen. Nö, wir können uns nur hinknien. Die Musik hat aufgehört. Oh, hat die Musik aufgehört. Und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so ein bisschen gruselig ist, also. Ich würde mich da wahrscheinlich ein bisschen mehr erschrecken als hier. Your number is seven... Äh, 27. Welcome to the Stanley Parable Demonstration. Your number is 28. When your number is displayed, please enter the demonstration room. Thank you and have a pleasant demonstration. Ähm, ich habe gerade ein bisschen volle Stimme da erschrocken. Wie ist jetzt die Tür zu? Hm. Mh, mh. Waiting room. Please wait for your number and then enter. Thank you. Please. Oh, wer macht denn sowas? Was steht da? Bla, bla, bla. Parabel... D. Ah, Stanley Parabel Demo. So, wir sind noch nicht dran. Oh, da ist ein Kugelschreiber. Kugelschreiber. 24. Und was steht da? Everything's okay. Tiff. 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 So. Oh. Schöne Bilder. Oh, hallo, hallo, hallo! Welcome to the Stanley Parable live demonstration. It will be my pleasure to guide you through this sneak peek at what to expect in the Stanley Parable. A tease, just enough to leave you hungry for more. How exciting. Can't you just feel that nervous tension? The looming uncertainty? Why don't we drink in the anticipation for a moment, just for 20 minutes or so? Please, for just 20 minutes, don't move or act in any way. Simply remain motionless and let the thrill of demoing the Stanley Parable wash over you. Okay, I don't move, that's what he said. Oh, I get it. You're too anxious, you can barely hold still. Well, tell you what, I think we should walk off that nervous energy before getting the demo underway. Here, why don't I take you on a little tour of the facility and show you how we make a demonstration for a game like the Stanley Parable. Okay, I'll just go into it. This is where I and the other Proctor have been working meticulously to construct a demo that explains clearly and precisely exactly what the Stanley Parable is, how it plays and why you should spend real-world money on the main game. Video game demonstrations are tricky and without the proper technology you run the risk of the player having no idea what to expect in the full version. Demo Admin 10, that bin ich. Demo Admin 9, that is Rolfi. Also, Chains. Ich weiß echt nicht, was das für ein Spiel ist. Aber wir werden es zusammen herausfinden. Was ist das denn? Ups, der Loppe. Ups, der Loppe. Ups, der Loppe. Ups, der Loppe. Was? Hat der jetzt was Schlechtes oder was Gutes über meine sexuelle... Neigungen gesagt. Oh, das verwirrt vorher in so einem Juch. Oh, das wird mir echt schon schlecht. Okay, was kann ich dir dann noch zeigen? Na, was ist es? Oh, ich hätte jetzt gar nicht zugehört. Demo-Status. Kompliments. Kompliments. Vault-Technology. Final Choice. Emotions. Ah, no, I get it. Can't risk experiencing emotions. Well, I must say, I have a certain respect for you and your cold, unfeeling husk of an Existence. Discovery or Despair. I believe it. I don't know what it means. I don't know what it means. But... Ripping and tearing at the eternal seams. A vessel without a captain carrying itself like plastic in the wind hinting at a purpose that was true in some distant memory if only it could decipher through time's veneer whose memory it wanted to be. Obama? All the time erklärt or what? Where did these cliffs go? Oh, these crags that we stood upon they shielded us from our own ignorance spoke coddling words and wrapped our vulnerabilities in a woollen cloth that so many times I tried to set aflame. If I knew these comforts now would their fibers be any more sensitive to the heat of my touch? Perhaps it was the cold I desired most of all. That empress to whom my flesh was always invisible. A hammock for the bones waiting to be touched and to be known. Having a mustache? I want a beard. I want a beard. Isolation chamber okay da werden welche isoliert Final choice gehe ich mal noch nicht und die Knöpfe des grauens Demo Progress This device tells you whether or not you're inside a video game demonstration somewhere around here there's also a device that tells you whether or not you're inside a device that tells you whether or not you're inside a video game demonstration Ah ja Out of order Ich gehe mal zu Final choice Ah now this room is perhaps the most important you'll encounter in the demo This is where we determine whether or not the demo has been effective whether it's conveyed the wit and soul of the Stanley parable in such a compelling way that you reach No What are you doing You can't make that decision yet you haven't played the demo We've put so much work into this demonstration Wouldn't it be a shame if you rushed right into making a purchasing decision without saving it first Let this one sim Oh, ich bin gerade echt fuller Schrocken, ey And there you have it Everything you need to know about how video game demos are made However, it's still important that we address safety concerns Please closely observe the following possible negative side effects in playing the Stanley parable If you agree to be held 100% responsible for any and all injury or long-term damage mental, physical or otherwise that may occur while playing the demo Please do not press the large red glowing disagree button at this time Nothing? No objections? Oh You're quite sure about that? Hmm Well, alright then In the event that you do experience one or all of the previous listed symptoms Let's establish a signal for you to convey to me that you wish the demonstration to be terminated Please step into the dance perimeter No 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 I'll do it Please perform a dance Your dance has been recorded In the event that you feel confused or disoriented by anything you see inside the demo Perform that dance and I will terminate the demo immediately Right All preparations have been made It is Time At last Are you prepared for The Stanley Parable? What? 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 Oh wait, what? What are we doing here? Willkommen zu der Stanley Parable Demonstration. Ihr Nummer ist 29. Wenn Ihr Nummer ist, bitte in die Demonstration room. Danke, und schönes Demonstration. Okay, ich bin verloren. Wir gehen zurück in die Green Room und starten die Demo wieder. Ich muss etwas falsch gemacht haben. Die erste Mal. Hä? Hm, okay. Ja, ich erschrecke mich immer wieder von den... dummen Dingern da. So, jetzt harte ich aber nicht auf die Zahl. Okay, hier wir gehen. Die Stanley Parable Demo, Teil 2. Findet die Demo, lernen genau, was die Stanley Parable ist. Hier kommt es. Warte. Warte. Was ist das? Knopf. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Das ist alles falsch. Das ist nicht die Stanley Parable. Das ist ein Spiel, wo man einen Knopf pressen und es sagt 8. Nicht nur ist die Stanley Parable nicht ein Spiel, über die ständig die Nummer 8. Warte. 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 Ich will nochmal drücken. 8 8 8 8 8 8 8 Okay, ich gehe Hm Ich verstehe zwar kaum ein Wort, was der labert, aber es hört sich glück an. Hä? Achso, da war ja die Tür. So, ich gehe zurück. Da muss ich zurückgehen, oder was? 39 Hm Ja, 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 wir haben es alle die erste Mal. Exit Vorher Eich die Zange zu die Stange und die Warte 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 Okay, holt, wrap it up. Das war ein Schicksal. Ah, jetzt muss ich nochmal durch. Das war ein Schicksal. Oh, geht's jetzt? Warum bin ich jetzt im Lager und warum leckt das so krass? Okay, yes, this is new, this is different. Surely there must be a game somewhere in here. Okay, okay, oh, how about this cup? Yes, go pick up the cup. Alright, now put it, um, um, in the bin. Oh, bin ich gut oder was? You know what you get for winning? An achievement. Wow, the Stanley Parable just keeps getting better and better. In fact, let me take a little survey of your experience. Oh shit, wait. Please don't watch, don't watch, don't watch, don't watch what you played so far. Would you purchase the Stanley Parable? Warum leckt das jetzt so krass? Ähm, einen Moment. So, okay, weiter geht's. Ah, don't get, uh, wait. You responded. What a clear and straightforward demonstration of the, of the, of the, of the Stanley Parable. I am convinced of the quality of life of the full game. Es lag immer noch krass. Ähm, scheiß Legs, aber, ich würd' sagen, das hat eigentlich einen, irgendwie, schönen Eindruck gemacht. Es war ein bisschen komisch, aber, ich fand's trotzdem irgendwie richtig geil. Ich weiß nicht warum. Aber ich denk, das wird der erste Part sein. Also, nicht, dass noch mehrere Parts geben wird, aber, ich glaub, ich spiel das mal privat. Joa. Ich hoff, ihr holt das euch auch. Weil, wenn's jetzt schon so geil ist, warum nicht, ne? Also, da würd' ich sagen, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und, tschüss.